Russland nimmt nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau am Mittwoch seine Teilnahme an dem Getreideabkommen mit der Ukraine wieder auf. Moskau hatte am Wochenende das Abkommen nach Angriffen auf die russische Schwarzmeerflotte in Sevastopol ausgesetzt. Allerdings hatte sich die türkische Regierung bereits am Dienstag zuversichtlich gezeigt, dass das von den Vereinten Nationen und der Türkei vermittelte Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine weiterhin bestehen bleiben würde. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat den langfristigen Schutz der Korridore durch das Schwarze Meer für Getreidefrachter gefordert. In seiner nächtlichen Videoansprache sagte er am Dienstag, dass die Welt entschlossen auf jeden russischen Versuch reagieren müsse, die Passage zu blockieren. Denn es gehe um das Leben von Millionen Menschen in Anspielung auf die Bedeutung der Getreideexporte, besonders für die ärmeren Länder.